Ich auch? Bin ich kacke? Scheiße OBS eben nicht. Jetzt noch kurz OBS, ne? Nein, hier ist Patrick. Was ist denn der Scheiß-Map? Würde ich auch sagen. Irgendwie sind die Sounds grad laut. Mann, ich hab mir neue Kopfhörer gekauft und jetzt ist alles zu laut. Oh, die taucht noch weg. Spotify weg. Uh, uh, uh. Okay, wir müssen die Aufnahme starten. Das ist grad zufällig Elektriker gekommen. Okay. Drei. Zwüsseli. Zwüsseli. Eins. Ich bin der Bergmann. Bei mir gibt's 30 Sekunden, die ihr bei den anderen beiden nicht gesehen habt. Guckt nun bei irgendwas Cosmo vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und guckt euch diese 30 Sekunden an, die ihr bei den anderen nicht gesehen habt. Was für ein professioneller YouTuber, der noch nicht mal seine Kanal-URL kennt. Äh, als ob ich die Kack-Krallen da auswendig lerne. Kauf mein Scheiß, Kauf mein Haar-T-Shirt, das war's ich erst im 2017. Ah, der professioneller YouTuber, der noch nicht mal ne anständige Kanal-URL hat. Dein Maul. Deine Mutter hat keine... Warum hab die schon nen Bogen? Weil die Kacke sind. Deine Mutter hat keine anständige Kanal-URL, alter. Ja, die hat auch keine Arschung. Sogar meine Mutter. Sogar meine Mutter. Hat ne anständige Anal-URL, genau. Ja. Ja, was dagegen? Was dagegen? Weißt du, ich würd sagen, Team ID rasiert. Und ich bin neu in Team ID. Ja, ich auch. Nee, du bist eigentlich nur Premium-Mitglied. Eigentlich hast du das... Eigentlich bist du hier grad nur Gast, weil du das Ritual, ne? Das Ritual haben wir nicht gemacht. Du hast gestern Geld überwiesen? Da kommt noch einer. Ja. Nur, dass wir sagen, dass du jetzt bei uns bist. Ich ja. Ach, da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Da ist noch einer. Alter, ist das laut. Wurde ich auch sagen, jetzt gerade... Moment exakt. Alter, ist mein Penis geil. Entschuldigung, dass ich vergessen hab, Licht anzumachen. Ach ja, ihr habt ja Facecam. Ja, ich nicht. Ja, ich auch nicht. Weil er kacke ist. Nee, weil ich... Benni, jetzt kommt einer. Benni, Benni! 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 Oh nein! Oh! Oh! Nein, hier ist... Meine, meine, meine... Was kannst du? Du hast ihn nicht gekillt, ne? Sag nix, bitte. Ich hätt ihn bei einer gekillt. Aber ich hab... Dieser verfickte Arschloch da drüben. Mit seinem kacken Knockback-Bogen-Eier. Ich kann... Du kannst ihn ficken. Ich bin auch heute schon auf das Projekt. Ich bin auch heute schon auf das Projekt. Wir freuen uns alle auf das Projekt und darauf Dominiks Haus zu sprengen. Diese zwei Sekunden werde ich mit einem Delfin-Ton übertonen, damit das niemand gemerkt hat, was ich das gesagt habe. Das mach... Delfin-Ton. Das weiß ich jetzt schon. Ich mag Delfine. Das mag ich. Mag ich, das mach ich. Man muss mal... Man muss einfach mal sagen, dass man Delfine mag, weil dann hat man seinen... Ähm... Pädagogischen... Ähm... Pädagogischen... 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 Mir fehlt das Wort schon wieder. Schwanz? Schwanz, ja. Ja, mein... Ja, mein pädagogischen Schwanz und nein, das nen Bogen. Ich hab auch nen Bogen. Hilf doch, Mann, du hättest jetzt hinterhergehen können und dann hätten wir den knallen können und mein Hintergrund ändert sich wieder. Ah, ja, genau. Wirst du sagen können, dass da ein... Äh... Okay, ist... Ja, unser Bett ist wohl nicht so. Wir nehmen einfach Bikini Bottom und ziehen das Wundersinn. Äh... Äh... Ja, gut, hab ich gesagt, ne. Wieso kriegst du eigentlich Achsel, du hast gefert? Ich wundere mich die ganze Zeit darauf, ob du Kills kriegst, aber... Das ist lieber, lol! Warum kriegt der die Kills? Der kriegt Gold dafür! Easy. Ja, Kills. Kills. Kills, ja. Kills. Kills, ja. Ja. Mann, geht's so gelb, der hat keinen Bogen, Mann! Ich hab nur noch drei Herzen, weiß nicht wieso. Irgendwie ist der Shader verbarkt. Oh, jetzt ist er doch nicht mehr verbarkt, der zu ist Kreiser. Ich hab' ihn gern. Ich hab' ihn gern. Ich hab' ihn gern mal mit ihm verkehrt. Ich hab' ihn gern. Macht mal dazu ne Parodie bitte. Ich hab' sie gern. Ich hab' sie gern. Ich würd sie gern, äh, ganz schön kalt verzehren. Ne, wie geht das? Das geht eigentlich anal penetrieren. Ich mag Mild. Ich hab' Geld. Und das so viel. Dann kannst du ja den Server bezahlen. Äh, sind das Palutten und... Das ist so ein Spaß, wie weißt du das? Team Aldi rasiert. Ne. Ne, Pauten wird nie, ähm, einfach ohne Rüstung irgendwo hingehen. Also, und das halt fünfmal hintereinander, meine ich. Nein. Ich hab' Geld. Und das so viel. Ja, damit bin ich... Ey, das ist mir letztes, als ich in die Schule gelaufen bin. Ich hab' Geld. Ich hab's Geld. Die sind so dumm, die Typen. Ich würde gern mal mit ihm verkehrt. Damit ist mir hier verkehrt. Nein! Ey, warum helft ihr nicht bei Gelb die ganze Zeit mal? Die können da mal gefickt werden. Oh Mann! Mann! Ich hasse Gelb. Ich hab' sie nicht gern. Ich würde gern... Deiner Mutterfassel. Jetzt, Mann, helf doch mal! Ja, ich war doch grad bei Gelb. Ja, das sag' ich auch immer. Und dann wär' ich tot. Und dann bist du so schwanger. Ja! Wir nehmen einfach... Jetzt wird's aber ja ein bisschen zu privat durchmeinen. Hat er wieder Maul. Wieso hab' ich eigentlich die Sound schon wieder nicht? Wieso hab' ich Lederhosen gemacht? Lederhosen! Du magst Lederhosen! Du magst ich das! Ich kann da kotzen, muss ich mit aus, ne? Oh Gott! Du was Scheiß zeigt sich nicht an. Haben's Lederhosen, oder? So ne Scheiße zieh' ich nicht an. Sicher? Das musst du auch als richtiger Bayer, das musst du auch machen. Das ich kein richtiger Bayer bin. Dieses verfickte Arschloch da drüben hat wieder'n Bogen, alter, den Knoll ist. Das kannst du aber nicht sagen, wenn's da wohnst, ne? Oh Scheiße. Das war kein Bayer. Ich hab' ihn nicht. Ich hab' ihn nicht. Ich hab' ihn nicht. Ich hab' ihn nicht woanders hin. Wir müssen nicht woanders hin. Wir müssen nicht woanders hin. Weil wir's so woanders hin schieben können. Fee-we-we-lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele planen ein Versuch 1 bei dir in seinen Namen allein schon ist und nicht gerade gelacht und kurz nur kurz kurz wm werden die und in meinem Stolz Deinem Anus überhaupt ins Team Aldi verkackt Die heutige Folge Hey, wir verkacken nicht Haben wir überhaupt schon mal eine Folge gewonnen? Team Aldi verkackt Ich weiß es nicht Doch, die letzte haben wir verloren Wie sagst du kein GTA, Alter? Dann hat man Team Aldi spielt, GTA machen, Alter Team Aldi rasiert GTA spielen aber nur Hacker, Alter Achso, man kann ja Nee, das ist PC's, go Benny, es kommt einer Nee, da der Mutter kommt Ease One-Hit Helfe, helfe Ja, ich hab Manu Manu Und schieben es woanders hin Mörder Keine Frau will ich mehr haben Denn du willst sie nur verschlagen Oh, Alter Erfängst Tschick, quack, quack Quack, quack Quack, quack, quack Ja Oh nein, die Grünen Deine Frau will dich verschlagen Wir müssen die Gelben, also die Gelben haben irgendwie immer Gold Mann, also ich sterb gerade irgendwie die ganze Zeit Ich hab mir nicht mal ein Eisen benutzt Du hast ja schon Rüstung, ne Du hast ja schon Rüstung, ne Du hast ja schon Rüstung, ne Du bist schon Rüstung, ne Du bist schon Rüstung, ne Du bist schon Rüstung, ne Ne Hab ich Warte, du hast ja so ein Scheißelabend, du hast ja schon Rüstung, ne Hast du meine Mutter beleidigt, Alter Ne Hä Hä Mann Hä Merzahn Pauten Hau ab Amena Kujem So true So true So true So, lass mich vorgehen, ich bin das menschliche Fickschild Kennst du diesen Hans-In-Hertail-Moment, wenn dann Leute auf dich teesen und dann schirmen Wollen wir die offiziell beleidigen? Was ist, wenn es Pauten nicht mehr ist? Ja, dann beleidige ich ihn erst recht Statt Lila stinkt Scheiße, ich bin schon gekopp, natürlich Gib mir mal das scheiß Deutsche Ja dann mal auf, den Gold zu snacken, Alter Nein Ja Mein Gold Jetzt stirb da, wenn er rüber geht Wieso habe ich gerade so Ruckler? Weil du ne scheiß Grafik hast Nein, hier ist fertig Wieso haben wir die uns eigentlich gekauft? Ah, es läuft flüssig, nice Schäler gewechselt einmal, cool Wie viel, wie viel FPS hast du? 50 Nimmst du mit Fraps auf? Oder mit OBS? Nein Wieso habe ich mir ein zweites Schwert gemacht? Because of the skill Because I'm happy What the fuck, Alter Die haben so einen scheiß Aim-Bot, ohne Witz Wurthgar Go, Wurthgar Go, Wurthgar Das Wurthgar sei deine Seele Wo je das gerade sagt Wir nehmen einfach Bikini Oh, ja was, der hackt echt Der schießt voll vorbei und trifft mich Meine Frise Wir nehmen einfach Bikini Wir nehmen einfach Bikini Wir nehmen all die verkackt Wir nehmen das woanders hin Dein Schwert wurde getrumpft Ah, danke Ja Oh Der schießt nach unten Okay, einen habe ich Der schießt nämlich immer nach unten Nein, alte Porten brauchen noch einen Schlag Ich habe nur keine Waffe Ich brauche als rechter einen Schlag Ja Ja Ich glaube, da Ich glaube, da Ich glaube, da Denkt mich hängen Oh, Bailey Nice Der ist unten Lies Ich geh jetzt, ihr Geld Lies Wir haben alle nix Wir haben alle nix mehr Komm, Lies Komm, komm Komm, komm Komm, komm Wieso ist mein Schwert nicht auf eins? Ich sterbe jetzt Und wir haben noch Kratten, Alter Ich glaube, ich glaube, ich habe zwei Nix, wenn ich komm Ja, äh, das reicht schon In mein Mund In mein Mund Ich mach mal kurz So sieht's aus Ey Ich bleib bei unserer Base weil da kommt immer so scheiß grüben. Achtung, Kaluten rennt weg. Egal. Aber ich bin noch mal gewässt. Salatsoße. 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 Salatsoße Salatsoße. Eigentlich brauchen wir so ein Texture Pack, wenn wir ein Bett abbauen, dass irgendwas mit Team Aldi rasiert kommt oder sowas. Kann ich machen. Guck, du wolltest doch eine Idee für ein Texture Pack. Dann kommt aber Elektriker später. Ja. Soll ich? Team Aldi hat Priorität. Ich merk grad, mein Mikro rutscht weg. Kann sein, dass ich irgendwie leiser geworden bin. Ich rutsche ab. Nichts hält mich hier oben. Nichts hält mich hier oben. Dafür müssen wir auch eine Parodie machen. Ich hebe ab. Nichts hält mich hier oben. Und mit dem Ich mag mit Dreck'n Fly Edition. Hä, was? Die Parodie von den Loris parodieren. Dreck'n Fly. Ich hab' ihn gern. Ich würde ihn mal mit ihm aufnehmen. 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 Nee, aufnehmen. Du musst dich mit ihm dann mit aufnehmen machen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Lebt rot noch. Oh nein. Komm doch mit. Bei Team Rot. Alter, was machen wir am Mikro los? Das rutscht die ganze Zeit nach unten. Es rutscht ab. Ich rutsch ab. Er rutscht raus. Nichts hält dich am Boden. Nichts hält ihn da drinnen. Danke für dieses eine Gold. Ich hab' 38 Eisen. Ich kack mich damit rein. Das werde ich gern verspeisen. Deine Mutter hat nen Gleisen. Und dazu noch einen kleinen. In ihrer Verzeihung. Wie der Kettlitzstein. Also wenn ich jetzt für die Arbeit mache und alles raus, äh, in der Stelle, wo wir eigentlich nur Scheiße labern, dann dürfte ich dieses ganze Ding abpiepen. Mann, ich muss gegen den Villager anritten. Dann dürfte diese Folge zwei Sekunden lang sein. Halt die Fresse, Villager. Maschka? Ja. Okay, ich komme. Oh, Scheiße. Oh mein Mund. Haha. Warum finde ich das witzig? Weil so Kotzmo heißt. Ah, danke. Nein, hier ist Patrick. Team Kotzmo rasiert. Nein! Also ob ich hier nicht bin. Nein, hier ist Patrick. Nein, hier ist Patrick. Ja, Patrick. Eigentlich hätte ich sagen müssen, halt dein Maul, hier ist Patrick. Halt da, halt dein Maul. Äh, wenn ich, wenn ich Team Aldi-Pack mache, dann ändern sich aber auch die Sounds von den Villager an. Nein, der hat mich mit der Hand geschlagen. Die habe ich sowieso nicht mehr. Also von... Ich bin hier gerade ein bisschen rumprobieren mit Shadern, was hier alles flüssig läuft und was hier gerade scheiße läuft und das ist Kotzmo und hier ist alles schwarz-weiß, alles klar. Ja, ich brauche hier mal Blöcke, damit wir nicht gerade runterfliegen. Alter, habe ich Nameboard. Und jetzt runter und klatschen. Ja, Hack dein Schwanz. Guck mich an. Ganz ehrlich, Hacker. Guck mich an. 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 Das war Team Aldi, was hier erlernen erlert erlerte und erlert dass der stadt der gröbel der gp der tat erlert die Skahi also so zu tun und die Produktion kattelt erlernt dass wir uns jetzt sind nur noch die Kinder-Storm da war er da das look mal zurück hat das war es wieder da ich würde mich freuen wenn ihr abo dort da 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 war was ohne positive Bestellung und die Stiege hat was auf dich gepackt. Ja, ja, das ist die Aldi-Gang. Ich würde sagen, mach das gut und tütet mal was in die Tüte rein. In die Tüte, ciao! Tschüssi! Penis.